So was geschrieben, weiter, 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 das ist ja sehr gut. Das ist das einmal in die AGM-Freiheit, und die beäußert sich, glaube ich, über Geld, bei jeder Seite, auf Tavis und Tavis schweifen, und, 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 und. Das ist ja so. Bevor ich das vergesse, nächste Woche, Samstag, fällt einmal aus und danach die Woche wieder normal um 12 Uhr. Weil ich bin nächstes Wochenende komplett nicht da und die Alina fällt eine Weile aus, also ich mache das jetzt eine Weile. Nee, nee, ich sag Bescheid dann. Nee, nee, du schneidest nicht. Du darfst nicht schneiden, ich darf schneiden. Weil du kannst ja mit den Beinen, meine Beine sicherlich. Das ist ja gar nicht so. So, jetzt nimmst du an die Füße die da. Ein bisschen anheben. So, ich weine. So, jetzt kommt sich meine Hand. Und wir jagen ihn. Oh, der muss ganz fest. Deswegen kann nur Ruhe und die Taki ein bisschen. Kann ich vielleicht das auch nicht runtergehen, im Moment?